Digitalisierung des Lernens. In das Lernen mit neuen Medien wurden viele Hoffnungen gesetzt. Das Lernen sollte leichter, das Lehren effektiver und Bildung für alle erreichbar werden. Medial gestaltete Lernprozesse gelten hier als die eierlegende Wollmilchsau. Das kann nur zu Enttäuschungen führen. Technik alleine macht nämlich nichts. Ein didaktisches Konzept bleibt nach wie vor das wesentlichste Element der Lehre. Was ist also zu tun? Fangen wir doch mal mini-klein an. Beim Micro-Learning-Ansatz werden komplexe Inhalte in extrem kleine Einheiten unterteilt, die teilweise eine Lernzeit von weniger als einer Minute erfordern. Das Bearbeiten kann individuell on demand erfolgen und durch zielgerichtete Wiederholungen einzelne Inhalte vertiefen. Es entstehen Learning Nuggets und wir sagen, guten Appetit beim Lernen zu jeder Zeit, an jedem Ort und mit den unterschiedlichsten Endgeräten. Nögen sehr viele Entscheidungen. Nögen sehr viel chocolate in ihr. Oder auch von Sosikko. Na roman sindせて erachtet. Nögen sehr viel mehr. Sosikko. Nögen sehr vieles.